Hallo Kinder, heute brauchen wir das zweite Blatt, wir brauchen die Pache, Tscheue und Fäufe. Hallo Kinder, heute brauchen wir dieses Worksheet, Glue, Scissors und die Colour-Pencils. Hallo Kinder, heute brauchen wir das set Fisch, die Colour, Scissors und Fütter. Vielleicht müssen wir mit unseren Schein die vier Karten hier heraussteigen. Erstens, wir müssen die vier Karten ausrechnen. D'abord, wir müssen mit den Scissors die vier Karten hier. Bei der Gesetkanne haben wir sowohl ein Raster als ein Biller, wie auch irgendetwas ganz eidel ist. Und hier geht es darum, die vier Biller, die hier oben gemalt sind und die wir gerade rausgeschnitten haben, selbst hier oben zu legen. Und der Tisch, der muss genau gucken, wo die Mutter sind, Tomaten, Zalot und Tulpen. Hier oben am Eck, der linker Seite, sind Tulpen. Der Tisch, wir holen ein Karte mit den Tulpen und wir legen sie auch hin an den Eck oben hin auf die linker Seite. Zalot. Zalot. Er ist auch ein Ritz am Eck. Also holen wir Zalot. Und wir legen sie auch ein Ritz an den Raster. Und so machen wir das auch ein Ritz mit den Tomaten. Und wir machen wir. Wie können Sie sehen, wir haben eine Grille mit vier Images. Die Karotte, die Tomate, die Salate und die Tulipe. De l'autre côté, notre Grille, elle ist vide. Jetzt, wir wählen eine der Bilder. Wir schauen, wir nehmen die Tulipen. Also, ich bin in der Mitte. In dieser Grille, wo sie sind? Sie sind in der Mitte. 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 Ich bin in der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Jetzt, ich bin in der Mitte. In der Mitte. Ich bin in dem einen Quadrat. sowie in der Mitte. Soit das Holland ist auch im Hier? In der Mitte. In der Mitte. Ich bin in der Nähe. At der Mitte. Das ob Sieけれresten want. Wir sehen uns ihnen, wir haben eine Grille mit vier Vers USC. With flowers, with salad, with tomatoes and with carrots. On the other side we have a grid, which is empty. So we will choose one of these pictures. I will take the flowers. So and I will see on my grid here, on which place it is. So I see it is in the left corner. So I will make it on the other side in the grid. Also in the left corner. So now I will choose carrots. So the carrots here are in the middle. So I will count one, two, three. And I will put them also in the middle. One, two, three. So and it is on you now to do the other two pictures. So, Connor, when he is on the other side and really good to do it, then you can do it. And when he does it, then you can do it again. So, children, if you had placed the four pictures on the right place in the grid, So, you must glue them. And if you want, you can color them with some color pencils. So have fun.